Facebook-Werbung, Facebook-Werbung schalten, Facebook-Werbung, Wettbewerbsanalyse. Das ist nur ein kleines, kurzes Video mit einem süßen Trick, um mal zu schauen, wie andere Werbetreibende dich selbst bewerben. Und das gibt Aufschluss darüber, wie du Selbstwerbung schalten kannst. Bin gespannt, wie du darauf reagierst. Ruhig mal in den Kommentaren mit mir darüber schwätzen. Wir haben hier schon unseren ersten Beitrag. Ich bitte dich, also das ist einfach Geschäftsgebaden und Fairness, jetzt nicht unbedingt hier reinzuklicken. Ich glaube, das ist den Klick, den können wir doch unseren Werbetreibenden hier sparen. Aber wir haben doch hier einen vorgeschlagenen Beitrag und der ist gesponsert. Also offensichtlich ist das hier ein Beitrag, wofür jemand Geld ausgibt, damit ich den sehen kann. Und das ist die Firma Outbrain, das ist ein Werbenetzwerk. Und ja, nochmal zurück. Ich klicke hier oben auf das Dreieck. Klicke auf, warum wird mir das angezeigt? Und hier bekomme ich Informationen. Aktuell vielleicht nicht unbedingt die Mega-Information. Diese Werbeanzeige wird hier unter anderem angezeigt, weil Outbrain Personen erreichen möchte, die seinen, ihren Kunden ähnlich sind. Das gibt Aufschluss auf eine Lookalike Audience, oder? Also eindeutig. Ich würde sagen, hier hat jemand eine Custom Audience gesammelt, beziehungsweise eine vererbt bekommen. Auch das ist ja mittlerweile bei Facebook möglich und hat daraus eine Lookalike Audience gebildet. Wenn du darauf glückst, kannst du vielleicht noch ein paar mehr Informationen abgreifen. Aber worauf ich hinaus will, sind ein paar andere schicke Dinge, die einem sehr viel darüber verraten, wie ein Werbetreibender sich die Mühe macht. Hier haben wir Erfolgsimpuls gesponsert. 300 Erfolgstipps heute gratis. Ich klicke hier mal rein. Warum wird mir das angezeigt? Ja, diese Werbeanzeige wird hier unter anderem angezeigt, weil erfolgsimpuls.com Personen erreichen möchte, die sich für Denke nach und werde reich interessieren. Ganz interessant. Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, solltest du vielleicht kennen. Das ist ein kleines Erfolgsbuch, um, ja, Erfolgsdenken zu bekommen. Ziemlich gutes Buch, by the way. Aber ich habe natürlich dann irgendwann mal bei Facebook geliked, dass ich dieses Buch mag und die Thematik mag und dass ich Napoleon Hill mag. Und derjenige hat das Interesse angepingt. Ist natürlich sehr konkurrent. Erfolgsimpuls, Denke nach und werde reich. Das passt schon halbwegs gut zusammen. Eigentlich nicht nur halbwegs, sondern sehr gut, um genau zu sein. Ja, gucken wir mal, was wir hier sonst noch finden. Mehr Geschäft, gesponsert bei diesem Netz. Okay, da kann man auch nochmal reingucken. Wie pingen die uns denn an? Warum wird mir das angezeigt? Und da sehe ich dann, dass mehr Geschäft Pascal Pfeil Personen erreichen möchte, die sich für Marketing interessieren. Also, ich habe natürlich als Interesse auch Marketing angegeben und irgendwann auch mal eine Seite geliked, die sich mit dem Thema befasst. Sowieso, ich komme aus dem Geschäft und deswegen habe ich mehrfach zu dem Thema etwas geliked. Folglich passt das auch zusammen. Und was haben wir denn sonst noch hier? Ja, schön. Aber Sachen, die nicht so toll sind. Hier haben wir Clipfolio. Das ist ja schön, weil erstens ist das Englisch auch interessant. Und zweitens geht es hier um Marketing Performance Realtime Dashboard. Lass uns doch mal gucken, was der hier macht. Auch Marketing, alles klar. Ja. Passt, Marketing Performance. Also, warum gucke ich das nach? Weil ich sehen will, wie derjenige seine Werbung betreibt. Das ist natürlich jetzt wirklich nur ein kleiner Trick und vielleicht nicht unbedingt so viel aussagekräftig. Aber es ist halt ein Impuls, der mir hilft, darüber nachzudenken. Das hier wird ziemlich eindeutig eine Lookalike Audience gewesen sein und so weiter und so fort. Ja. Wenn ich jetzt natürlich sehe, dass jemand mich im Bereich zum Beispiel Selbstständigkeit oder Internetmarketing etc. anbewirbt und geht über den Bereich Rich Dad, Poor Dad, dann passt das ja zusammen. Und das sollte die Kreativität fördern und auf die Idee bringen, vielleicht zu überlegen, wen kann ich ansprechen, der unter Umständen nur indirekt mit dem Thema zu tun hat, aber auf den ein gemeinsames Interesse zutrifft. Also, jemand, der beispielsweise Rich Dad, Poor Dad liest, der Kerninhalt darum ist, reich werden mit Selbstständigkeit und dann mit Immobilien oder Wohlstand zu erreichen. Also, jemand, der sich dafür interessiert, da kann man schon relativ gut von ausgehen, dass derjenige sich allerhöchst Wahrscheinlichkeit nach für Selbstständigkeit und Wohlständigkeit interessiert oder Freiheit und Unabhängigkeit. Und das Ganze natürlich außerhalb des Themenbereichs Business genauso machbar. Ich kriege natürlich viel Werbung für den Bereich Business etc. Aber gut, jedenfalls ist das mal eine ganz interessante Kiste, um da mal mehr zu erfahren. Ja, Online-Werbung, ja. Hier werde ich angepingt, weil ich mich für Online-Werbung interessiere. Ja, viel Spaß damit mal ein bisschen herumzuspielen. Kommentier doch mit, was du davon hältst, vielleicht hast du weitere Ideen. Bis dahin. Bye, bye. Bis dahin.